Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play Daggerfall Teil 100... Teil 10, nicht Teil 100. Wir sind immer noch hier und schauen was hier ist. Ach, ich bin hier. Ah ja stimmt genau, da war ich das letzte Mal. Dann schaue ich mich hier mal um. Oh mein Gott, das ist ein Wookie. Ja, ich weiss, der wird zu schlecht. Oh. Ach. Oh gut, ich hink fest. Ich hatte mir gerade gedacht, warum kann ich nicht zurücklaufen. Oh. Was bist du denn ein heiliger Degen? Ist der heilige Degen eigentlich eine Waffe, die man benutzen kann? Nein. 60, 65 brauche ich. Ja, mache ich tatsächlich. So. Wir müssen immer noch irgendeinen Gegenstand finden. Moment, bin ich hier. Ach, genau, ich wollte hier rein. Ich kann es schon mal kurz finden. Kleine Hinweis, dieser Teil wird etwas kürzer. Aus Gründen von technischen Problemen, die es gab. Ich glaube, das war doch das richtige, ich glaube nicht, 3 bis 21, doch, da war es das. Hatte ich nicht mehr, äh, Steckwürfe, habe ich mich wohl gehört. Wo bin ich denn jetzt, ich bin jetzt unter dem, ah ok, ich bin jetzt quasi unter dem Eingang. Ne, tatsächlich, da bin ich gar nicht, ja warte mal. Ne, da bin ich gar nicht, doch, da bin ich doch gar nicht runter. Tatsächlich, das ist ja tatsächlich eine andere, eine andere Weg nach oben. Ja, tatsächlich, alles sieht aus, über die Gegend wie die Wand rennen. Deswegen sollte man oft speichern. Hm. Ja. 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 Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe. Super! Da hat mir das tatsächlich gar nichts gebracht, mei mei mei. Mal gut zu wissen. Ich will mal wissen, ob ich hier raus springen kann. Nein. Wenn ich hier vielleicht rüber... Nein. 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 Ah, ich könnte hier auch da links rum gehen und weiter runter gehen. Da hinten ist ein Raum, also wie viel Fett ist denn das? Guck, da habe ich mich gerade schreit. Info Ein großes Skopchen stachel ich vorher nicht Ja, Homme, okay Oh. Hm. Hm. Schade ist nichts. Aaaah! Jetzt noch etwas wie das. Die haste Schaden. Ich habe eine Menge hinein. Da sind die Spanien für den Wuppe. Das ist nichts. Ich habe mich über einen Leuchten. Ich habe einen Schaden. Hallo, ich habe einen Schaden. Der Schaden zu schaden, Oh, hier bin ich mal gespannt. Oh, hier bin ich. Portion of a Resist Frost, sehr schön, Skarabeos, Hektoplasma, cool. Warte mal, komisch, dass ich noch keinen Hinweis kriege. Ektoplasma. Oh, hier ist knachselter Ton. Hm. Ektoplasma, okay. Oh, hier bin ich. Oh, hier bin ich. Ja, das war irgendwie wohl ein Audioback. Ich glaube zumindest das dürfte das gewesen sein. Ah, sehr schön. Das passiert ab und an mal. Recall. Teleport. Ich habe den falschen Knopf gehabt. Aber das ist jetzt Wurst, denn ich möchte rausgehen. Wo bin ich? Okay, was ist denn nach Nordwesten? Oh, ups. Oh, ups. Auf geht's? Oh, ups. Ah, ich müsste, okay. Ich sehe schon, okay. er läuter drei stunden ich muss noch eine stunde läutern geküsst? nein, hä? warum kann ich nicht? ich kann mich nicht vorstellen, dass ich zu lange gebraucht habe, aber... 10 Lays to get back to you sondern das ist das 24. von Sundawn 24. das ist der 28. von Sundawn also habe ich es in vier Tagen geschafft dann muss ich doch tatsächlich wohl das von einem Gegner holen dann habe ich es dann doch wohl nicht geschafft das heißt, man muss es von einem Gegner beschaffen genau, dahinter möchte ich ganz gut das ist der 48. von Sundawn 2 ja ich habe es wohl geschafft das heißt ich muss davon quasi nach rechts gehen also hier in der hoffnung dass es funktioniert so 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 Hm. Ah, besser. Was ist das denn? Drachenschuppen. Toll. Ich stelle mir das gerade vor, er wartet sein ganzes Leben, dass da einer vorbeikommt und einer aufs Mall möchte. Moment mal. Ja genau, das heißt, da drüben geht es dann weiter nach oben oder ich gehe hier links runter? Hm. Dann fahre ich jetzt nach unten, aber was uns dort erwartet, das? Ähm. Dann fangen wir mit dem nächsten Mal, denn hier muss ich den Teil leider selten und wenden. Ich hoffe es hat gefallen und wenn ja, dann würde ich mit dem nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann. Noch tiefer, genau, noch tiefer.